Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu der Filmkritik von Pearl, ihr Elektronik-Versand in Deutschland. Der Pearl-Katalog. Stu hat ihn sich heute angeschaut und wird uns erzählen, welche tollen Produkte da diesmal drin sind. Ja, hallo, ich bin der Stu und ich kann euch vor allem die flussierende Powerbank empfehlen. Die sollte in keiner Tasche fehlen. Wunderbar. Gibt es denn da auch Äxte? Nein. Wobei, also wenn du Äxte haben willst, dann solltest du nicht in dem Pearl-Katalog dich aufhalten, sondern du solltest Pearl gucken im Kino am 1. Juni. Das nennt man Überleitung, ne? Ja, was ist denn das? Ein Pearl im Kino. Ja, was ist das? Kurze Frage an dich, Max, oder auch an euch da draußen. Hast du Axe von Ty West gesehen? Der kam vor ungefähr einem Jahr in die Kinos, war das. Warte mal, ich frage mal schnell den da draußen. Ja, hab ich gesehen! Okay, sehr gut. Ja, haben wir gesehen. Beide. Okay, toll. Ja, ähm, pardon. Ähm, jetzt, kleine Spoilers zu Axe kommen jetzt. Und zwar, in Axe gibt es ja diese ältere Dame namens Pearl. Und Überraschung, Pearl ist jetzt quasi das Prequel, das so ein bisschen erzählt, wie Pearl zu der wurde, wie wir sie jetzt in Axe kennengelernt haben. Und der Film spielt 1918 auf einer kleinen Farm nirgendwo des ländlichen USA. Und dort lebt halt eben Pearl. Erneut gespielt von Mia Goff. Sie ist verheiratet, aber ihr Ehemann ist gerade im Ersten Weltkrieg. Ihr Vater, äh, sabbert vor sich hin und macht eigentlich nichts, außer aus dem Fenster zu gucken und sitzt im Rollstuhl. Und ihre Mutter, ja, wie soll ich sagen, äh, die hat den Krieg erklärt, ihr gegenüber und allem, was Spaß macht. Und Pearl träumt sich so ein bisschen raus in eine Welt, in der sie ein Star ist. Und, äh, muss aber irgendwann einsehen, dass es nicht so einfach ist, ein Star zu werden. Und diese, ja, Hiobsbotschaft kanalisiert sie mit Gewalt. Oh, jetzt war ja bei Axe war ja ein ordentlicher Anteil von nacktem Fleisch, Pornografie und, ähm, sonstigen Gelüstigkeiten noch, äh, mit dabei. Jetzt, weiß ich nicht, ist das bei Pearl, dem zweiten Teil, also X2, auch der Fall? Ähm, ja. Also es gibt eine Szene, in der sie, also sie freundet sich mit einem, äh, Kinobetreiber oder einem, den Typen an, der die Projektoren befindet. Und er, der zeigt ihr einen Pornofilm. Allerdings ist es ein Pornofilm aus den Jahren 1918. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit der Pornografie, die wir jetzt hier kennen. Aber, ähm, das, äh, erweckt in ihr auch gewisse Gelüste. Allerdings sind diese Gelüste auch schon vorher sehr aktiv. Also sie wirkt auch wirklich wie eine Person, die unglaublich gerne nicht nur, äh, ihren Traum erfüllen möchte, ein Star zu werden, sondern auch ihre, ihre Gelüste, ihre Sexualität, äh, auszuleben. Und sie findet auch im Laufe des Films Mittel und Wege, dies zu tun. Ähm, es gibt eine sehr schöne Szene, in der man quasi sagen kann, dass, äh, Regisseur Ty West, der mit Hauptsache Jeremia Goff auch das Drehbuch geschrieben hat, dass die beide so ein bisschen den Wizard of Oz pervertieren. Ah, ja, gut, okay, das machen wir jetzt heutzutage öfter mal. Ja, muss auch immer wieder sein, ja. Ich habe jetzt auch, ähm, äh, keine Ahnung, ob in dem Film auch eine tiefere Message irgendwie mit drin ist. Also ich meine so von wegen vielleicht die Bigotterie des ländlichen Amerikas, äh, an Anprangern. Findet man da irgendwas oder ist es mehr oder weniger schlachtfest 90 Minuten und dann kannst du wieder heimgehen? Mhm. Also, X hatte das ja auch schon so mehrere Ebenen. Aber X hat auch wirklich funktioniert als rein rassiger Horror oder Slasher, hatte ja auch ganz gut funktioniert. Und bei Pearl ist tatsächlich nicht so sehr an Horror interessiert, sondern wirklich mehr an dem Psychogramm. Und es dauert auch recht lange, bis, sag ich mal, Freunde der Filmgewalt und des Filmblutes auch da was zu sehen bekommen. Und obwohl der Film den FSK 18 hat, die hatte auch durchaus das Recht, ist X, der FSK 16 ist, by the way, dann doch deutlich härter und bietet für Gorehounds auch ein bisschen mehr. Ja, ähm, und Pearl hat auch mehrere Ebenen, aber ich hatte das Gefühl, dass er sie nicht so versteckt wie X, sondern sie offener auslegt. Also es geht wirklich darum, wie viel ist man sich selbst wert, wie viel, ähm, wie viel sollte man für seine Träume wagen, wie ist es eigentlich, seine Gelüste immer unter Druck zu bekommen und welche Konsequenzen hat es, wenn man sich einfach sagt, scheiß drauf, äh, I do it my way. Ja, okay, na gut. Ich hab dann auch irgendwie mitbekommen, so in der letzten Oscarsaison, dass, ja, der ein oder andere Indie-Freund oder die Indie-Freundin, äh, als, als Nominierung ein bisschen auch Mia Goth vielleicht, ähm, gefordert hätte. Wohl wissend, dass natürlich, äh, Horrorfilme nicht so gern genommen werden. Ist ihre, äh, Performance tatsächlich so stark, wie, äh, wie sie gemacht wird oder ist es mehr oder weniger nur, dass Mia Goth jetzt so ihre, ihre Komfortzone gefunden hat und eben das dann zelebriert und zementiert? Ich hatte schon das Gefühl, dass solche Filme wie jetzt Axe, Pearl oder halt eben auch der letztlich angelaufene Infinity Pool schon, äh, ihrer Komfortzone entsprechen. Das ändert aber nichts daran, dass sie hier wirklich ganz famos ist. Gegen Ende gibt es einen Monolog und ich hab jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber er geht wirklich verdammt lange und es ist ein Monolog, wo die Kamera wirklich starr auf sie gerichtet ist. Also es gibt einen kleinen Kamerasoom, das war's. Ansonsten keine Bewegung in der Kamera und dieser Dialog ist so scheiße geil. Ich sag's mal so, es ist anbetungswürdig. Also, ich muss ja sagen, ich hatte, als ich aus dem Kino kam, dieses dumme Gefühl nach dem Motto, ich bin ein bisschen verliebt in die Frau, aber sie macht mir auch ordentlich Angst. Ja, gut, okay, das ist ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, du sprichst ja mit jemandem, der Wednesday Adams damals verehrt hat und mein erster Crush war Christina Ritchie. Also, äh, von dem her kann ich's verstehen. Mein erster Crush war Michelle Pfeiffer als Catwoman. Stell dir mal vor, wir hätten die auf dem Double Date gehabt. Ja gut, also, Christina Ritchie wäre jetzt ungefähr unser Alter, aber Michelle Pfeiffer ist doch schon auch schon um die 70. Ja gut, okay, aber Michelle Pfeiffer ist also, wie, ist erstens mal gut gealtert und zweitens, äh, die war ja damals, also als Catwoman, ist für mich immer noch Catwoman, da kommt keine zweite ran, von dem her kann ich das verstehen. So, äh, du, ich hab ja mit dir, glaub ich, sogar Ex besprochen, letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Ich war mir, oder ich bin mir unsicher, wir haben Infinity Pool, glaub ich, gemacht, oder war das nicht? Nee, 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 ich hab Infinity Pool leider noch gar nicht gesehen. Ach so, okay, ja, ähm. Aber Ex, ich bin mir relativ sicher, dass wir den besprochen haben, zumindest hab ich den besprochen, dann schätze ich mal, warst du mit dabei. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass du Ex 2... Ich stecke in der Seitlinie. Mach es, Max, mach es, so Max, jetzt das Fazit, mach es, Max, wie wir es geprobt haben, das Fazit, ja! Ah, gut, nee, nee, ich meine, mich erinnern zu können, dass du den mochtest, aber du warst jetzt da so auch mehr oder weniger auf der, ja, gut, kann man sehen, ist jetzt aber jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfeld. Bei Pearl wirkst du jetzt tatsächlich ein bisschen mehr angetan. Also, ich hab Ex jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen nochmal gesehen, nicht auf Vorbereitung, sondern einfach, weil es dazu kam. Und ich muss sagen, dass er dann beim Zweitsichtung mir dann noch einen Ticken besser gefallen hat. Ich mag es halt einfach, wenn Regisseure mit den Erwartungen spielen und ich finde alleine bei Ex ist es so großartig, das Bild ist 4 zu 3 und du denkst dir so, ja Gott, das ist jetzt sowas wie Lighthouse, so nach dem Motto, wir machen jetzt alles, damit es wirklich alt wirkt und authentisch und dann ist der Gag aber, nee, die Kamera stand halt nur in einem Scheunentor und dann fährt die Kamera raus und das Panorama öffnet sich. Solche Sachen finde ich ganz schön, das gibt es auch hier wieder. Man muss auch sagen, dass Regisseur Ty West hier auch wirklich optisch was rausholt, das ist so ein Technikolor-Flair hat der Film. Also natürlich, man merkt, wenn man sich natürlich damit auskennt, das ist natürlich kein echtes Technikolor, aber wir sind halt nun mal auch nicht in den Jahren 1970 oder 60, sondern wir sind immer noch 2023. Ja, das ist auch eine Kostenfrage, also davon war ich aufgesehen. Genau, also der Film sieht aber wirklich sehr toll aus und obwohl er nur wenige Handlungsorte und wenige Schauspieler, Schauspielerinnen zu bieten hat, macht er da wirklich das Beste draus. Und ich kann so viel sagen, ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt genauso was erwartet wie X, wird man enttäuscht werden, denn es ist halt meiner Meinung nach kein Horrorfilm in erster Linie, sondern wirklich ein Psychogramm, was mit Horrorelementen und viel schwarzer Komik gespickt ist und am Ende auch ein paar Gewaltspitzen halt bietet und natürlich auch so ein bisschen, das ist ein Prequel, auch so ein paar Sachen aufgreifend erklärt aus X. Aber man kann ihn auch, glaube ich, echt gut sehen, ohne X gesehen zu haben. Also ich hatte jemanden im Kino, mit dem ich mich nachher unterhalten habe, sie hat X gar nicht gesehen und die hatte keinerlei Probleme, dem Film zu folgen. Aber vielleicht schafft es ja tatsächlich dann der Film, dass man X dann anschauen will. Das ist ja dann auch eine Form von Chronologie, die es dir dann einhält. Tatsächlich. Und man muss auch sagen, also um deine Frage mal jetzt zu beantworten, es ist halt Mia Goff. Also Mia Goff ist für mich der Hauptpunkt. In X hatte sie ja diese Doppelrolle, einmal als Pornosternchen, wo ich sage, ja okay, und einmal als alte Frau, wo halt das Altersmakeup hat, also es ist unmöglich gemacht, dass sie da wirklich Schauspiel hat. Aber hier in Pearl liefert die Frau wirklich einen ab. Es ist natürlich eine Art von Schauspiel, wo ich jetzt nicht sage, hey, Meryl Streep, das ist es nicht. Aber es war trotzdem unglaublich überzeugend. Es ist kein Oscarspiel. Ich hätte mich gefreut, wenn sie eine Oscar-Nominierung bekommen hätte, aber ich erwarte es nicht. Dafür ist es dann doch zu genrehaft. Aber es zeigt, dass die werte Frau, ja, ich will nicht sagen, eine große Karriere vor sich hat, denn die hat sie ja, glaube ich, schon. Aber sie hat, wie du schon sagst, so ihre Nische, ihre Komfortzone gefunden. Und wenn sie da jetzt verweilen möchte, soll sie es gerne tun. Es kommt ja jetzt auch nächstes Jahr der dritte Teil, Maxine. Da wollte ich gerade drauf raus. Gut, dann mach das bitte. Das ist jetzt keine Überleitung, wie du mir spielst oder so, oder eine Frage, sondern es ist ja, bei X wurde ja Pearl dann mehr oder weniger am Ende angeteasert, wo dann noch kurz die Frage war, ob es denn nur ein Gag ist oder ob es dann wirklich stattfindet. Und war dann jetzt dann am Ende auch wieder ein Teaser für Teil 3 sozusagen? Also ich habe ihn nicht gesehen, weil das stille Wasser, was ich während der Vorführung gedruckt habe, musste raus. Aber mir wurde dann versichert, dass nach dem Abspann kommt noch was. Aber es ist so ein ganz, ganz kurzer Teaser. Den hat A24 auch, glaube ich, schon vor einem Jahr oder vor mehreren Monaten online gestellt. Also es gibt keine Szenen. Das ist immer so ein Schriftzug. Maxine mit drei X. Achso, ja, okay. Aber Maxine, Maxine, Maxine ist, warte mal, Maxine, ist das die Blonde von X? Genau, Maxine ist die junge Mia Goff in X. Die junge Mia Goff in X? Die Blonde-Rachstellerin, die Spoiler überlebt. Ah, okay, 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 okay. Denn ich dachte, wie hieß denn dann die Blonde? Ich weiß nicht, wie sie hieß, aber es war die, die vom Alligator gefressen wurde. Okay, ja, das stimmt. Ich meine, gut, okay, da hätte man dann auch nur die Zeit zeigen können vor X, sozusagen. Und General Ortega, spielt die wieder eine Rolle? Ganz ehrlich, wenn General Ortega sagen würde, sie würde mitspielen, dann wäre die Produzentin, glaube ich, auch scheißegal, dass die gestorben ist, weil es ist General Ortega. Ja, die verkauft Karten. Also jetzt nicht persönlich, wobei, vielleicht verkauft sie ja persönlich auch Karten. Keine Ahnung. Was möchte ich haben? Ich hätte gerne einen Pik Bube. Ah, das ist dick. Naja, ich bin eh ein bisschen traurig, dass der ja nur in Köln, glaube ich, jetzt Pressevorführungen hatte. Wobei auf der anderen Seite, der lief bei uns dann auch schon auf dem Fantasy Filmfest. Im Grunde genommen kommt es mir auch so vor, es wird Pearl schon seit 100 Jahren irgendwie live sein. Und dass der jetzt erst ins Kino kommt, finde ich dann doch schon ein bisschen komisch. Es ist tatsächlich sehr seltsam, weil der erste Teil, also Pearl, der hatte ja noch diesen, war es Cape Light oder Splendid als Verleih. Also das ist kein übergroßen, aber auch kein kleinen Verleih. Und der, Pearl, kommt jetzt von Universal. Und die haben sich wirklich Zeit gelassen, weil, ich sage mal so, wer sich mit VPN und VOD so ein bisschen auskennt, der wird Pearl auch auf legal anderweitig sehen können, außer im Kino. Weil es den USA halt wirklich schon lange gibt. Also da, ich will nicht sagen, sie haben uns verschlafen, weil ich glaube, die Leute, die den unbedingt sehen wollen, haben ihn schon gesehen oder werden ihn nochmal gucken. Das ist jetzt kein Film für die breite Masse, aber ich habe schon gemerkt, so bei der Pressevorführung von X war irgendwie mehr los. Da waren die Leute dann noch ein bisschen gespannter. Das ist leider so. Gut, aber was kann man gegen die Technik machen, ne? Ja, ich bin ja auch sehr gespannt, denn, kleiner Funfact, der startet ja jetzt am Donnerstag, den, ist es der 1. oder der 1. Juli? Der Juni. Ja, ich glaube schon. 1. Juni. Und ich gehe tatsächlich jetzt, wir nehmen das hier an einem Freitag auf, an einem Freitag vorm Release und ich gehe am Montag in eine Sneak Preview. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das dann läuft. Also, naja, bei uns in der Sneak Preview, also es gibt eben zwei Kinos, die bei uns Sneak Previews anbieten und ja, in der einen ist er tatsächlich gelaufen, aber das war auch schon, glaube ich, fünf Wochen her. Also von dem her, das ist irgendwie eine ganz komische Laufzeit, die dieser Film hat. Also der schwelt so vor sich hin irgendwie in unserer Bubble. Ja, eine Sache übrigens noch, die ich ganz vorzüglich finde. Bitte schön. Pearls Familie sind deutsche Einwanderer und es gibt wirklich Szenen, in denen die relativ gutes Deutsch sprechen. Ich habe im Originalton gesehen, das wollte ich noch anmerken, beziehungsweise das wurde mir nach der Vorstellung von allen Seiten gesagt, oh, die konnten aber gut Deutsch. Ja, das ist ja richtig toll. Also, außer Mia Goff, sind da irgendwelche Darsteller mit dabei, die man kennen kann, müsste oder ist es da eher auch so Introducing, bla bla bla? Aber tatsächlich keine bekannten Namen oder Gesichter außer Mia Goff. Es könnte sich aber ändern, weil dieser Kinovorführer, mit dem sie so einen technischen Mechel hat, der Werte im Herr heißt David Corrensweb oder so ähnlich, der soll aktuell Frontrunner sein als neue Superman. Echt? Ja, es ist noch nicht fix. Es gibt ja noch nichts Bestätigtes. Und ist ja gerade dieser Writer's Strike in Hollywood. Aber so, was man jetzt gehört hat, soll der eine Audition gehabt haben und soll wohl angeblich sehr gut angekommen sein und soll wohl ganz oben auf der Liste stehen, den neuen Superman zu spielen. Ob er das auch wirklich tut, weiß ich nicht. Aber optisch wird es passen. Ja, gut. Aber das können wir dann vielleicht bei Maxim besprechen. Weil den machen wir dann auch zu zweit. Weil da müssen wir die Trilogie irgendwie vollstopfen. Jetzt abschließende Frage. Gibt's noch was? Ich fand den Film gut. Wenn ihr X mochtet, geht ihn gucken. Erwartet aber bitte nicht das gleiche wie X. Mia Goff ist ganz fantastisch. Ty West ist immer noch ein toller Regisseur und ich freue mich auf Maxim. Wunderbar. Dann freuen wir uns auf Likes und Kommentare. Überall da, wo es Likes und Kommentare gibt. Stu, vielen Dank für deine Meinung. Ich hab zu danken. Ja, wie gesagt, dann hören wir uns nächstes Jahr bei Maxim wieder. Und ja, wir hören uns jetzt dann beim Boogieman eh schon wieder. Also drücken wir kurz auf Pause und nehmen dann die nächste Folge auf. Also, bis denn. Ciao. Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.